Das hier ist Pixel. Pixel ist ein Computerlabor, um digitale Teilhabe zu ermöglichen. Hier werden Menschen mit Beeinträchtigung dazu befähigt, den Umgang mit Medien zu erlernen, aber auch anderen Menschen mit Beeinträchtigung weiterzugeben oder eben auch allen anderen Personen, die da gerne noch etwas dazulernen möchten. Hallo! Wir wollen zusammen so sein! Hier können Menschen arbeiten, die bisher noch nicht so viel mit dem Computer umgegangen sind, aber die da Lust zu haben. Das ist die einzige Voraussetzung, um hier bei Pixel anzufangen und Expertin zu werden. Wir sind das erste Pixel-Labor in Berlin und wir freuen uns da sehr drüber. Wir wollen ein Ort der Begegnung sein. Auch das Internet ist ja nur so lebendig wie die Menschen, die es gestalten. Und genau sowas wollen wir hier in Pixel auch ermöglichen. Die Vielfalt, die es in der Welt gibt, die soll sich bitte auch im Internet widerspiegeln und da möchte Pixel mit unterstützen. vocês also kontaminieren. Seid ihr auch schön! Na, sie kommt hier- für jeden. Die, die Austria-Frage ist ja noch nicht so aufs Dispel kommt es natürlich ab. Wenn die Abon exemplo sagt die İn nice! Gut, jetzt würden wir jede Zeit tun. Untertitelung des ZDF, 2020